Hallo zusammen, ich bin Natascha, ich bin im zweiten Lehrjahr bei der M1 und heute werde ich euch ein bisschen von meinem Berufsalltag erzählen. Wir sind ein grosses internationales Unternehmen, wo viele Sprachen gesprochen werden. In der Visa-Abteilung kann ich sogar Russisch meine Muttersprache einsetzen. Was zu meiner wöchentlichen Aufgabe gehört, sind Konsulatbesuche, wo ich selbstständig Visa für unsere Mitarbeiter beantragen darf. Durch die vielen Abteilungen, die ich während meiner Lehrzeit durchlaufe, lerne ich sehr viel Neues und Verschiedenes. Ab und zu müssen die KV-Lehrenden auch am Empfang arbeiten. Das ist eine coole Abwechslung und wir haben viele Menschenkontakte. Wenn du die Lehre bei der M1 machst, profitierst du von vielen Vorteilen, nämlich zum Beispiel, dass du sieben Wochen Ferien hast im ersten Lehrjahr, dir werden Schulbücher gezahlt und zudem bekommst du ein Zugabonnement im ganzen Kanton Zürich. Jetzt habe ich euch ein bisschen vom kaufmännischen Alltag gezeigt. Wenn es euch gefallen hat, dann bewerben wir euch jetzt bei der M1.